Dieses Vorspiel ist einzigartig. Nicht nur, weil wir so kreativ die Frühlingsklänge am Klavier zum Ausdruck bringen, sondern dass keiner von Schüler und Schülerinnen länger als 10 Monate Klavier spielt. Unglaublich, aber wahr, wie schnell alle ihre Fortschritte machen. Und besonders freut mich, dass die Schüler und Schülerinnen das Klavierspielen lieb gewinnen und gerne ihre Lieblingsstücke vortragen. Sie erfinden auch gerne neue Musikstücke am Klavier. Das macht Spaß, fördert Musikalität und Kreativität. Viel Freude beim Zuhören! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2019 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Amen. Applaus Die Garten auf unserer Wiese Wörtschen, Gänse, Herz und Lese Schlatter ohne Unternast Oh weh, oh weh, vielleicht ist das Yes! Applaus 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 Sonne singt das Lieder und kann läutern die Jungen, Lied und Lied und Lied. Amen. 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 Amen.